Das Aus des Hoyers-Werder-Shitake-Herstellers Integra Lausitz ist möglicherweise abgewendet. Der Aufsichtsrat der Energieerzeugungsgesellschaft Hoyers-Werder hat am Montag einstimmig den Erwerb des Vermögens der zahlungsunfähigen GmbH beschlossen. Die Gläubigerversammlung muss der Übernahme allerdings noch zustimmen. Am 28. Januar hatte Integra beim Amtsgericht Dresden einen Insolvenzantrag gestellt. Seit 2004 produziert die Firma im Gewerbegebiet König den asiatischen Speisepilz-Shitake unter anderem für verschiedene Globos, Marktkauf und Nettomärkte vor allem in Ostdeutschland. Mit der Übernahme durch die EEG wird die Produktion weitergeführt und alle neuen Beschäftigten übernommen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.